Ja Leute wir sind hier eben angekommen im Baditenlager, da müssen wir sich jetzt hinschleichen, vorsichtig, dass wir hier nichts verraten werden. Kann ich nicht so. Wahnsinnig, zwei, die schleifen sich da an, das sind wahrscheinlich 50. Na ja, wir haben jetzt einmal, wie gesagt, das Partitenlager hier gefunden, das müssen wir untersuchen. Interessant ist jetzt eigentlich nur. Ja. Tent looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid sized. Unabhängig. Um. 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 Nichts. Kessel. Abfall. Jetzt ist nämlich jetzt eines. Bis daher könnt ihr sich ja alles anschauen und jetzt beginnt ja dann gleich die Action. Was ist in den Boxen? All from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? We don't know whose camp this is. Might not be bandits. It must be. They don't share their neighborhood. Ach du Scheiße. Boxes from the dairy here. Probably a food we've been given them. Fuckers cross the line. What do you find? A video camera. Let me see that. Batteries dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily huh? Sounds like she's running this democracy of yours. This is what? Empty. But it looks like someone's been eating out of these. Recently. What is hard shot? Just water. Yuck. I don't need that. I think the flasches have looked at me. I don't think I think I think I think. Okay. The garden is cool. Nothing but fuels. Shit. The garden is cool. The garden is cool. I think it's cool. So, schauen wir sich das einmal da an, das Foto. So, schauen wir uns an, das Foto. Das ist die Hölle? Das ist die Hölle? Das ist die Hölle? Wer ist das? Das ist die Hölle? Schau, es ist nicht sicher hier in den Bäumen. Du musst nach der Därii zurückkommen. Es ist viel safer hier, als dort, da. Vielleicht hast du mich nicht gehört, wenn ich vorhin. Als ich dich gefragt habe, Schwieg, Put your damn guns down! You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. Oh, you shit. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. We müssen sie töten. Tell him what you got in mind for us. God damn it! You straight up murdered that woman! Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Er hat sie in Notwürgen gestertet, aber es ist nicht anders. Vielleicht ist es nicht anders. Ja Leute, es ging nicht anders. Das sind Entscheidungen. Der hat sie auf jeden Fall nicht getötet. Das ist vielleicht auch eine kleine Auswebung. Im kompletten Spiel. Aber es ging nicht anders. Ja, das ist nicht anders. Ja. Ja. Ja, das ist nicht anders. 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 Und Lee? Keine Angst über die Bandits. Ich bin sorry, dass du mehr Violence gesehen hast, als ich in deinem Zeitpunkt dachte. Aber alle sind hier sicher. Keine Angst. Ich denke, ich gehe nachher. Keine Angst zu weit. Dinner wird bereit, bevor du es wissen. Und danke für deine Freundin Koch wieder. Sie und die Kinder sind in der Bühne mit dem Kaffeln. Die Frau ist ein Leben. Ja, Leute, ich werde hier mal wieder ein kleines Päuschen machen. Okay, ciao.